Ob man mit dem Bogen, der Armbrust oder womit auch immer schießt. Wie schnell sich der Pfeil oder das Geschoss, das man verschießt, bewegt, ist ein Hauptindikator für die Leistungsfähigkeit des Gerätes, das man handhabt. Insbesondere da es auch noch verschiedene Arten von Pfeilen und Geschossen gibt, die alle eine andere Geschwindigkeit hätten. Normalerweise würde man die Geschwindigkeit mit einem ballistischen Monograph oder kurz Chrony messen. Diese Geräte, die im Grunde aus zwei Lichtschranken und ein bisschen Elektronik bestehen, kosten aber schon etwas Geld und für Gelegenheitsschützen lohnt sich das vermutlich nicht. Mit einer Highspeed-Kamera könnte man sich auch behelfen, aber die kosten noch mehr Geld, das man eventuell auch nicht ausgeben möchte. Ich möchte eine dritte Möglichkeit vorstellen, für die man im Grunde nur ein paar Blätter Papier, eine beliebige Kamera und ein Audioprogramm benötigt. Einen akustischen ballistischen Chronographen. Dazu benötigt man, wie beim richtigen Chrony, zwei Tore durch die der Pfeil später durchgeht. Ich habe mir aus ein paar Holzleisten welche für das Papierformat A4 gebaut. Darauf befestige ich dann mit ein bisschen Klebeband je zwei Blatt ganz normales A4 Papier. Eventuell reicht auch nur ein Blatt, aber ich nehme zwei, weil dadurch das Ergebnis später besser hörbar ist. Der Aufbau ist dann denkbar einfach. Man braucht das Ziel bzw. einen Stopper, die zwei Tore mit eingeklebtem Papier, dazu in der Mitte die Kamera und natürlich das Ding mit dem man schießen will. Außerdem sollte man den exakten Abstand zwischen beiden Toren messen, in meinem Falle 80 cm. Jetzt geht es im Grunde nur noch darum, die beiden Tore so aufzubauen, dass man da durchschießen kann und das alles gleichzeitig aufzunehmen. Im nächsten Schritt öffnet man das Video in einem Videoschnittprogramm, in dem man die Audiokurven gut sehen kann bzw. halt in einem Audioprogramm. Ein sehr empfehlenswertes freies Programm dafür ist Audacity, Link in der Beschreibung. Wenn man sich dort die Amplituden anzeigen lässt, sollte sich ein Bild ergeben, das ungefähr so aussieht. Darin erkennt man deutlich drei Ausschläge. Erstens das Durchschlagen des Pfeiles durch das erste Tor, zweitens das Durchschlagen des Pfeiles durch das zweite Tor und das Auftreffen auf das Ziel. Sollte Punkt 1 und Punkt 2 nicht klar erkennbar sein, könnte man versuchen stärkeres Papier zu nutzen oder diese Straffer befestigen, da so das Geräusch versteckt wird. Unter Umständen gibt es auch noch vor Tor 1 oder Punkt 1 ein höher und sichtbares Geräusch der Armbrust oder der Waffe. Das muss man dann je nach seinem eigenen individuellen Aufbau beachten. Nun misst man die Zeit zwischen Tor 1 und Tor 2 und notiert sich diesen Wert. In meinem Falle 0,011 Sekunden oder 11 Millisekunden. Nun teilt man diesen Wert durch die zuvor gemessene Entfernung zwischen den Toren und erhält die Zeit, die der Fall für einen Meter Strecke gebraucht hat. Und der Kehrwert daraus ergibt dann die Geschwindigkeit, die der Fall für diesen 1 Meter hatte. In meinem Falle also 72,72 Meter pro Sekunde oder aufgrund 73 Meter pro Sekunde. Daraus könnte man dann auch noch die kinetische Energie berechnen, die der Fall hatte. In meinem Falle wären das bei einem Gewicht von 15,2 Gramm etwa 40,5 Joule. Aus Interesse habe ich noch meine selbstgeleute Hamburgs aus einem früheren Video getestet. Und hier liegt die Geschossgeschwindigkeit bei etwa 30 Meter pro Sekunde bei dem gleichen Geschoss mit 15,2 Gramm. Und die daraus resultierende Geschossenergie etwa 7 Joule. Mit Zeit, dass ich dort die nächste Entwicklungsstufe baue, glaube ich. Danke fürs Zuschauen.